So Leute, natürlich habe ich nicht nur ein Promopack, sondern auch ein Premium-Promopack. Ja, Premium-Promopack. Mal gucken, was da so drin ist. Ich meine, ich bin mir schon bewusst, das sind die selben Karten in voll. Das sieht auch echt hübsch aus. Dieses Blau ist echt nice. Gucken wir mal rum. Wir haben hier erstmal den Arena-Code. Dann haben wir Entfesselung der Feuermacht. Drei rote, drei farblose. Falls eine Quelle du kontrollierst, eine bleibende Karte Schaden zufügt, füge stattdessen dreimal so viel Schaden zufügt. Wow! Dreimal! Das ist viel. Dann haben wir ein, oh mein Gott, selbstloser Retter. Ein-Mann-1-1. Man kann ihn opfern, um eine andere Kreatur, die man kontrolliert. Unser Störbarkeit persönlich zugeben. Oh mein Gott, dieser Hund ist ja sowas von süß. Ich meine, hier sieht man das Feuling schon sehr, sehr gut. Aber oh mein Gott, dieser Hund ist süß. Und ein vernichtendes Ultimatum. Oh wow. Zwei schwarze, drei weiße, zwei rote Hexerei. Man zerstört alle bleibenden Karten, die ein Gegner kontrolliert und die kein Länder sind. Das ist enttäuschend. Aber gut, man kann nicht immer Glück dabei haben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ob ich seht. Ciao, ciao.